Die neuen 23 und 27 Zoll Acer T2 Monitore vereinen erstmals ergonomische 10-Punkt-Multitouch-Steuerung mit hochwertiger IPS- und VA-Panel-Technologie. In Kombination mit Windows 8 werden neue Maßstäbe bei der Bedienung gesetzt, wodurch sie im alltäglichen sowie im professionellen Einsatz durch Ergonomie, Leistung und ein raffiniertes Design überzeugen. Die Frontseite der Acer T2 Serie ist komplett plan- und rahmenlos und ermöglicht deshalb eine noch intuitivere Bedienung der neuen Windows 8 Oberfläche. Der asymmetrische Standfuß vollendet stilsicher das moderne Äußere und erlaubt es, die Displays bis zu einem Winkel von 60 Grad in die Horizontale zu neigen, um diese gerade bei längerer Nutzung noch komfortabler bedienen zu können. Mit der besonderen 10-Punkt-Multitouch-Technologie können zudem mehrere User das Display zur gleichen Zeit nutzen und so interaktiv agieren. Besonders in geneigter Position beim Betrachten von gemeinsamen Projekten im Büro oder zu Hause ist es wichtig, eine möglichst hochwertige Bildqualität zu bieten, weshalb die Acer T2 Monitore mit IPS- bzw. VA-Panel-Technologie ausgestattet sind, die auch aus extremen Blickwinkeln eine höchst brillante und naturgetreue Darstellung gewährleisten. Die Displays der Acer T2 Serie sind mit 23 und 27 Zoll Bilddiagonale erhältlich und stellen Inhalte mit 1920 x 1080 Pixel Full-HD-Auflösung dar. Und in der Freizeit stehen die Acer T2 Monitore für aufregende Multimedia-Unterhaltung oder temporeiches Gaming. Denn die geringe Reaktionszeit von nur 5 Millisekunden in Verbindung mit IPS- bzw. VA-Panel-Technologie stellt ein absolutes Novum dar und garantiert schnelle Bildfolgen ohne Nachzieheffekt. Durch DVI- und HDMI-Ports können die Monitore nicht nur an Desktop, Notebooks oder HD-Tablets, sondern auch an Spielekonsolen angeschlossen werden. USB 3.0-Ports garantieren außerdem schnelle Datentransfers von externen Medien und sogar das Aufladen von Smartphones im ausgeschalteten Zustand, eine weitere Innovation von Acer. Die Acer T2 Touch-Monitore bieten Funktionen, die sie sonst selten kombiniert finden. Stromsparende und ökologische LED-Hintergrundbeleuchtung mit IPS- und VA-Panel-Technologie für eine außergewöhnlich brillante Bildqualität sowie Windows 8-zertifizierte 10-Punkte-Multi-Touch-Bedienung. Eine absolute Innovation direkt von Acer.